Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Arche Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge und endlich geht es los Jungs. Die Upgrade-SBCs sind da. Bevor wir reinsteigen in das Video, könnt ihr gerne das Video supporten und zwar mit einem fetten Daumen nach oben. 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Wir haben endlich mal wieder 19 Uhr Content draußen. Ich rechne doch immer noch damit, dass heute um 20.30 Uhr und zwar die 83 Plus Mittelfeld Upgrade-SBC rauskommt. Insofern werde ich gegen 20.30 Uhr nochmal live bei Twitch gehen. Twitch.tv-Arche Gaming kommt sehr sehr gerne rum, falls ihr euer Set beisteuern wollt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt erstmal rein und zwar mit der neuen Upgrade-SBC. Und das ist folgende Upgrade-SBC und zwar Premium Premier League Upgrade-SBC. Die am Start ist und die haben wir hier am Start und da heißt es einmal Tausch ein Team. Gegen ein Pack mit zwölf Premier League Spielern, drei davon selten. Eine Woche ist die SPC verbleibend, wiederholbar. Und gestern zum Beispiel hatten wir es auch so, da ist die Trikot-SBC, die Auswärts-Trikot-SBC. Um 19 Uhr rausgekommen und um 20.30 Uhr kam dann nochmal Dybala. Haben wir uns heute um 12 Uhr mittags drum gekümmert. Kam Dybala plus die Heim-Trikot-SBC. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt eben schon mit dem Chat ein bisschen gelabert. Wir glauben, dass um 20.30 Uhr nicht nur die 83-Plus-Upgrade-SBC kommt, sondern die anderen Upgrade-SBCs, dass die da auch um die Ecke kommen. Ich weiß nicht, was EA sich da für ein System hintergedacht hat. Aber anscheinend müssen wir jetzt damit rechnen, dass immer was um 19 Uhr kommt und eventuell dann auch nochmal was um 20.30 Uhr. Ob das nach dem Team auf die Jahr wieder auf 19 Uhr alles zurückspringt, bleibt es auf jeden Fall abzuwarten. Wir wollen uns heute mehrfach um die Premier League-Upgrade-SBC auf jeden Fall kümmern. Wir gucken, wie viele Tests wir zusammenbekommen mit der Archie-Gaming-Army zusammen. Bevor wir das aber machen, machen wir natürlich erstmal ein Set hier bei mir und müssen folgendes abgeben für die SPC. Und zwar müssen wir abgeben, seltene und genau elf Spieler. Spielerqualität, genau Gold. Team Schmie, mindestens 45 und einzelne Spieler im Team sind elf. Also wir kennen die Upgrade-SBC natürlich, so sieht sie aus, so kennen wir sie. Und mal gucken, ob sich das Ganze lohnt und dafür ist auch das Video heute natürlich da, um zu gucken, lohnt sich das Ganze oder halt eher nicht. Wir können natürlich jetzt aktuell in dieser Upgrade-SBC direkt schon mal die bräune Totti ziehen können oder Fernandes Team auf die hier. Wenn natürlich dann Richtung Ende in der Woche das ganze Premier League-Team draußen ist, dann, beziehungsweise das ganze Totti und da natürlich auch mehr Premier League-Spieler drin, Virgil von Dijk zum Beispiel unter anderem, dann wird es natürlich richtig interessant, was die Upgrades angeht. Und wie gesagt, dann werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal darum kümmern. So, das heißt, wir stellen jetzt ein Gold selten und gucken, dass wir hier das Ganze einmal hinbekommen. James, Smalling, Suyun-Chu, zack, zack, zack. Obwohl, Jungs, wir haben doch jetzt, haben wir jetzt einen Trade eingegeben? Ja gut, das brauchen wir nicht unbedingt. Niedrig-Hoch machen wir einfach rein. Und machen hier mal weiter mit den Jungs. Zack, zack, zack. Und dann sollte das Ganze mit 45 Team-Chemie eigentlich aufgehen. So, gucken wir uns das eben hier an. 45 Team-Chemie, kriegen wir das hin irgendwie? Ah, ich denke, das kriegen wir hin. Den LM noch hier hoch, 43. 45, hier haben wir noch ein Plus-1. Seht ihr noch? Irgendwo, ja klar, Innenverteidiger. Einmal switchen. Und dann gehen wir hier, wie gesagt, die Elf seltenen ab. Pedrinho haben wir. James, dann haben wir Suyun-Chu, dann haben wir Smalling, wir haben Adria, Petrosa, Kubo, dann haben wir Johnson Vieira, wir haben Christi, dann haben wir Junio, wir haben Raul Garcia und N. Kudu. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, uh, Jungs, was kostet die SPC? Ich meine, die seltenen werden natürlich jetzt hochgehen. Ich kann mir vorstellen, wenn um 20.30 Uhr nochmal die anderen Upgrade-SPCs auch kommen, dann könnte sie noch höher gehen. Aber wir sind bei 7.000 Münzen. 7.000 Münzen und ich glaube, alle freuen sich, dass die Upgrade-SPC endlich, 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 endlich da ist, Jungs. Ich glaube, da rede ich jedem, da rede ich jedem einzelnen, aus dem Herzen heraus, Jungs. Wir freuen uns alle, dass sie endlich da ist und dass es losgeht mit dem Totty-Grind und zwar so richtig. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein ins erste Set. Come on, let's go. 3, 2, 1, Abfahrt. Jungs, Daumen drücken. Was haben wir am Start? Kommt direkt der Walkout um die Ecke, oder was? Jawohl, natürlich. Portugal haben am Start. Rechter Flügel, jo, nehmen wir direkt mal mit, Jungs. Sehr nice. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Geschichte. Also, wir haben jetzt ein Pack mit zwölf Premier League Spielern. Drei davon sind selten und wir fangen an mit einem Bernardo-Silver. Also, das ist natürlich richtig fett. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Bernardo-Silver erst mal am Start. Ja, haben wir dick auf jeden Fall schon mal Plus gemacht. Die Non-Rares, für die, die es nicht wissen, Jungs, die packt ihr am besten jetzt in die Gold-Upgrade-SPC. Holt euch da zwei seltene Spieler wieder. Da könnt ihr natürlich dann auch Team-of-Dier-Karten drin ziehen. Unter anderem natürlich dann auch die Nicht-Premier-League-Spieler. Und am besten konzentriert ihr euch dann auf eine Liga. In meinem Fall oder im jetzigen Zuge ist es natürlich erstmal nur die Premier League. Ja, und setzt dann da die seltenen Spieler ein. Also, wir könnten jetzt hier, zack, einmal so machen. Einmal Gold-Upgrade machen. Und quasi das dann immer repeaten und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert mit dem System. Falls ihr es nicht wisst, können wir natürlich nochmal ein extra Video daraus machen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die nächsten Sets. Ich würde sagen, let's go. So, Freunde, die nächsten fünf Packs stehen an. Und da wollen wir mal gucken, ob sich die nächsten Walkouts da drinnen verstecken. Oh, es fängt ja da nicht mit einem Walkout an, sondern wann? Brasilien haben wir am Start. Stürmer. Ah, Gabi Jesus kommt um die Ecke. 83er. Also, ich feiere es auf jeden Fall mega, dass die Upgrades jetzt am Start sind. Sehr, sehr nice Geschichte. Weiter geht es mit Özil, der noch Impact ist. Noch nicht als Fenerbahnspieler, sondern als Arsenal-Spieler. So, und dann geht es weiter. Impact Nummer drei insgesamt. Come on, let's go. Mach sie auf. Wir wollen wissen, ob sich ein Team of Deer da drin verstecken kann. Yes oder no. Come on, ey. Gib uns den Walkout. Rich Halisson kommt um die Ecke. Ja, moin. So, ein erstes Pack. Nein, kein Walkout. Schade. Es gibt auch direkt weißer Bescheid. Nein. Nichts. Und wir gehen direkt rein ins Nächste. Mal gucken, ob wir zehn Stück zusammenbekommen oder mehr. Sogar 15 oder 20. Das wäre natürlich richtig nice. Und wie gesagt, für euch noch mal zur Information. Gegen 20.30 Uhr. Ich rechne mal wirklich mit der 83 Plus Mittelfeld-Upgrade-SPC. Kommt dann live bei Twitch. Und dann öffnen wir eure Sets. Egal auf welchen Konsole ihr seid. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Wenn ihr mit am Start seid. Und da machen wir dann die 83 Plus Upgrade-SPC vom Mittelfeld auf. Gemeinsam. Und jetzt macht euch die Links-Rechts-Kombi. Er hat, ich habe ein Pack gemacht, Jungs. Direkt der Walkout am Start. Und er hat jetzt hier schon fünf Stück gemacht. Der muss doch jetzt hier den Walkout geben. Tatsächlich nicht. Da sieht man, wie viel Glück ich jetzt mit dem einen Pack hatte. Mit Bernhard und Silber direkt. Heftig. Heftig, 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 Jungs. Wir gehen weiter in die nächsten Sets. Pack Nummer 7. Let's go. So, Freunde. Weiter geht es. Die nächsten drei stehen an. Und es kann nicht sein, dass ich hier mit dem einzigen Walkout um die Ecke komme. Unfassbar. Jungs. Das kann doch nicht sein, dass ich hier den einzigen Walkout im Video ziehe. Ihr müsst nachlegen, Jungs. David, Lewis und Olsen als Duplikat. So, nächstes Set, Jungs. So, nächstes Set. Come on, Walkouts. Nein, tatsächlich auch kein Walkout. Was ist denn los bei euch? Wir haben aber die Wand. Ja, immerhin. Aspide Quetta kommt um die Ecke als Rechtsverteidiger von Chelsea. Wo er vielleicht ein Tuchel übernimmt. Last but not least. Hier auf dem Account haben wir. Come on, Jungs. Tatsächlich nicht. England, Innenverteidiger. Aber immerhin in der Innenform am Start, Jungs. Immerhin Stones 83er. Sehr, sehr nice. Dann kann man auf jeden Fall gebrauchen. Den kann man auf jeden Fall gebrauchen für eine SBC. Und damit gehen wir rein in die nächsten Sets. Set Nummer 11. Abfahrt. Sofort in die nächsten drei Sets. Set Nummer 11. Set Nummer 12. Und Set Nummer 13, Jungs. Come on, let's go. Nein, auch wieder kein Walkout. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Jungs. Hier schreibt schon einer rein. Ich sage, im letzten ist ein Walkout. Im allerletzten Pack für dieses Video. Keine Ahnung, Jungs. Wir werden es abwarten müssen. So, Freunde. Nächstes Pack ist am Start. Und? Wo ist denn der Totti, Jungs? Wo versteckt er sich denn? Schreiben wahrscheinlich auch wieder welche in die Kommentare. So, oh, ich habe ein Set gemacht. Und ein Totti hat sich direkt drin versteckt. Man kennt es. Man kennt es. Und last but not least. Hier auf dem Account. Pack Nummer 13. Oh, Mexiko. Jimenez. Man kennt es. Und damit rein in die nächsten Sets. Let's go. So, Freunde. Die nächsten Sets stehen an. Zwei Stück jetzt hier. Von Shepi. Pack Nummer 14 und 15. Mal gucken, ob sich was drin versteckt. Beziehungsweise ein Team of the Year natürlich. Paup und Areola. So, und das zweite Pack Nummer 15 für das Video. Und wir sind tatsächlich immer noch nicht bei einem weiteren Walkout. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn, Jungs. Aber wir haben Deli Alli am Start. 83er. Und damit rein in die nächsten Sets. Let's go. So, Freunde. Die nächsten drei stehen an. Mal gucken, was das jetzt hier gibt. Come on. Da kriegen wir auf jeden Fall 20 Stück zusammen. Und ihr habt den ersten Eindruck von der Upgrade-SPC. Aber, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Jungs. Es kann doch nicht wahr sein. Wahnsinn. Jungs. Wahnsinn. Nach so vielen Packs bin ich der einzige Walkout. Kann das denn ernsthaft sein? Und jetzt wird es hier ein Gündogan. Und seine Connection ist nicht die beste. Aber wir gehen direkt rein in die nächsten Sets. So, Freunde. Weiter geht es. Nächstes Pack. Oh, mein Gott. Immer noch kein Walkout. Was ist denn da los? England. Innenverteidiger. Und es wird diesmal ein Joe Gomez. 83er. Kein Stones in Form. Und dann last but not least auf seinem Account. Was haben wir am Start? So. Und da sind wir beim letzten Pack von ihm. Und wir haben... Da ist der Walkout. Normal Walkout wird's. Und wir haben Portugal. Wie bei mir jetzt? Rechter Flügel. Oh, mein Gott. Dann sind es auch noch zwei mal die gleichen Walkouts. Ja, moin. Portugal. Bernardo Silva. Da wollen wir einen anderen Portugiesen sehen. Wenn er dann wieder in Packs ist. Und zwar in CR7. Und damit rein in die letzten zwei Packs. Let's go. So, Freunde. Und jetzt haben wir noch fünf Packs. Also ein bisschen mehr als 20. Haben wir jetzt hier am Start 22, um genau zu sein. Und der Twitch-Stream hat es gerade reingeschrieben. Es ist 19.30 Uhr. Und EA hat sich gedacht. Yo, jetzt haben wir auch die anderen Upgrade-SPCs raus. Also wir haben es eben gesehen. Premier League-Upgrade war echt nur da. Ja, und tatsächlich sind jetzt auch die anderen Upgrade-SPCs am Start. Während er jetzt hier die fünf Sets aufmacht. Und zwar einmal Premium-Bundesliga-Upgrade. Premium-La Liga-Upgrade. Premium-League-A-Upgrade. Premium-Serie-A-Upgrade. Bundesliga-Upgrade normal. League-A-Upgrade normal. Serie-A-Upgrade normal. Premier League-Upgrade normal. Und wie gesagt, das was schon rausgekommen war. Die Premium-Premier League-Upgrade-SPC. Die wir hier natürlich gerade öffnen. So, macht gern weiter mit den Packs. Jawohl. Und ja, also ganz, ganz komische Sache hier von EA. Also EA macht auf jeden Fall weiter mit den Fails. Sehr, sehr komische Geschichte. Bei den normalen Upgrades bekommt ihr drei Goldspieler wieder. Einer davon ist dann selten. Und je nachdem muss man, ja, Goldspieler tatsächlich nur elf abgeben bei den normalen Upgrades. Oder ist es nur bei der normalen League-A-Upgrade-Geschichte so? Das ist bei allen so. Also bei den normalen muss man Goldspieler mindestens elf abgeben. 30 Teamschmier haben. Und Anzahl der Spieler sind elf. So, und dann geht es jetzt hier weiter mit den Sets. Und das ist wirklich eine komische Geschichte. Premium-Premier League-Upgrade wurde anscheinend abgeändert. Ne, die wurde nicht abgeändert. Also Premium-Premier League ist tatsächlich immer noch nach wie vor das alte. Elf seltene, elf Gold. Also der Twitch-Chat redet mal wieder Schwachsinn. Jorginho ist jetzt hier am Start. Ja, und das war es halt, wie gesagt, da ist Premier League Upgrades die normalen. Die jetzt quasi noch gefehlt haben. Elf Goldspieler, 30 Teamschmier, wie gesagt, bei den normalen. Und dann kann man das quasi wunderbar immer zirkulieren. Und ja, momentan, wie gesagt, ja nur Kimmich zur Bundesliga draußen. Und die zwei Premier League-Spieler mit KDB und Bruno Fernandes. Und die Hoffnung, dass wir jetzt in den letzten hier noch was ziehen können. Come on. Da ist der Walkout. Normal-Walkout aber wieder, bitte nicht Portugal diesmal. Diesmal ist es Frankreich. Torwart. Und wir haben Louris. Ugo Louris haben wir am Start. Immer diesmal ein anderer Walkout. Wieder 87er gradet. Aber es gibt natürlich keinen Cap nach oben hin. Also wir können festhalten. Upgrade-SBC sind jetzt da. Ich bin gespannt, ob um 20.30 Uhr dann tatsächlich nochmal die 83 plus Mittelfeld-Upgrade-SBC kommt. Ich gehe sehr stark davon aus. Und wahrscheinlich kümmern wir uns dann morgen um 12 Uhr mittags genau um diese SPC. Schaltet da sehr, sehr gerne rein. Jetzt aber erstmal die 20 Premier League-Upgrades, beziehungsweise 22, um es richtig zu sagen. Come on, EA. Nein, leider im letzten kein Walkout. Und damit soll es das gewesen sein. Mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein erster Eindruck von den Premier League-Upgrades. Ja, die anderen Upgrades sind jetzt quasi eine halbe Stunde später gekommen. Warum auch immer, man weiß es nicht. Wir können auch wieder festhalten, Upgrades sind da. Wir können jetzt mit dem Grinden loslegen und damit reingehauen. Denkt dran, Support zu zeigen und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.